Ich bin die Dagmar und heute zu Gast ist der Karl Dattl. Er ist absoluter Küchenprofi. Nicht nur, dass er selbst gerne kocht, kennt er sich perfekt mit allen Geräten aus und weiß, worauf Kundinnen und Kunden schauen und was sie wollen, aber auch was sie brauchen könnten. In diesem Podcast klären wir jetzt, warum ein Dampfgarer richtig glücklich machen kann, Nachhaltigkeit auch bei Küchengerätentrumpf ist, welche Geräte toll und ungewöhnlich sind und voller intelligenter Funktionen stecken, hören ungewöhnliche Kundenwünsche und erfahren, worauf alle unbedingt achten sollten bei Küchengeräten. Los geht's. Karl, wir starten mit einem Wordrap. Ich bin Karl Dattl, 41 Jahre, Familienvater und arbeite seit 22 Jahren beim XXXLOTS. Mein Job ist? Ich bin im Kücheneinkauf. Kurz und knackig. Mein persönliches Lieblingsgerät in der Küche ist? Der Kochfeldabzug. Das ist in meiner Küche schon einmal schiefgegangen. Mir sind erst gestern die Ballatschinken für meine Tochter angebrannt. Oje. Was haben Sie denn zuletzt richtig, richtig lässig oder cool gefunden? Die ersten fünf Schritte von meiner Tochter. Echt? War mega. Wie heißt sie denn? Anna. Okay, und eine will ich noch wissen. Zu dieser Musik koche ich? Gar nicht so viel Musik. Ich liebe Sportnews und auch alle allgemeinen Medienberichte, einfach damit man up to date ist. Aber Sie haben sicher einen Lieblingssong oder Lieblingsband. Wenn ich es wirklich lustig haben will, Beastie Boys. Schön. Ja, kann man auch gut dazu kochen. Absolut. Gehe ich alles dazu. Es geht in diesem Podcast um Produktqualität. Und anhand von einigen gängigen Geräten, worauf passe ich da auf? Und was sollte ich vermeiden beim Gerätekauf? Gehen wir mal so Küche durch. Das erste Gerät, was ich an der Küche denke, ist der Herd. Beim Backofen gibt es mehrere. Die Einbrachsituation ist wichtig, ob wenn ich ihn unter der Arbeitsplatte oder in ordentlicher ergonomischer Höhe platziere. Was empfehlen Sie da? Unbedingt hochgestellt. Hochgestellt. Damit ich ihn auch leicht reinigen kann. Die meisten neuen Backofen haben alle eine smarte Bedienung, über Touch. Nicht jedem gefällt das. Ab und zu möchte man einfach noch die manuelle Drehknebelbedienung. Das sollte man sich ansehen, ob der Backofen eine Selbstreinigung hat oder nicht. Und wie die Größe ist. Also das sollte ich mir überlegen. Prinzipiell sollte ich schon ein bisschen auf Marke schauen oder soll ich aber auf den Preis schauen? Also Marke ist immer gut. Dementsprechend langlebig sind auch die Geräte dann. Aber das ist eben die Herangehensweise. Ein Kunde, der ein kleineres Budget hat, schaut eher auf die Optik und den Preis genau. Und einer, der sich langfristig etwas anschafft, schaut eher auf Marke. Wir haben Gott sei Dank 20 verschiedene Gerätemarken, die zu 70% in Europa gebaut werden. Gewisse Komponenten kommen natürlich aus Übersee, so wie jeder in seinem Handy was integriert hat. Genau, das lässt sich nicht vermeiden. Aber die Lieferketten sollten sehr kurz sein, auf das achten wir. Und daher kommen die meisten Geräte aus Mitteleuropa. Aber da fragen die Kunden schon danach, oder? Nach dem Thema Nachhaltigkeit, das wird ja immer mehr. Oder auch diese AAA-Qualität und so. Ja, genau. Also es geht um Energiekosten, ganz klar. Gerade bei den Geräten, die ständig im Betrieb sind. Ein Kühlschrank, ein Geschirrspüller läuft sehr oft am Tag. Sie orten schon, dass das Bewusstsein bei den Kundinnen und Kunden ein hohes ist. Die besten Geräte werden auch in Österreich und Deutschland produziert. Wie schafft es denn eine Marke in euer Sortiment? Was muss die können oder erfüllen? Viele Marken sind einfach schon von der Tradition her, man kennt sie einfach, Miele, Bosch, Siemens. Also die gibt es einfach schon sehr lange und die kennt auch der Endkunde und fordert sie auch. Und alle neuen Marken, die müssen einfach schön im Design sein. Die Lieferkette muss passen und das Produkt muss einfach gewisse Zertifikate auch erfüllen, die unsere Qualitätssicherheit dann auch wieder prüfen kann. Wo ist eben das Herkunftsland? Wie werden die Teile produziert? Solche Details sind wichtig dann, wenn es eine neue Marke zu uns ins Sortiment schaffen will. Jetzt machen wir unseren Rundgang in der Küche weiter. Jetzt waren wir beim Herd. Noch Herdplatten. Gibt es ja auch noch ganz viel Induktion? Genau, Induktion, Strom sparen, ganz wichtig, genau. Also Induktion ist schon das, was die Leute verlangen jetzt? Ist das must have, genau. Also zu 90 Prozent haben alle Kochzonen nur noch Induktion. Aber was sind die größten Vorteile von Induktionsherden? Ich habe die Energie sehr schnell beim Topf, nur beim Topf, dort wo der Topf steht. Die Energie ist wieder sehr schnell weg. Eine tolle Energieerspanne sein. Das geht aber total schnell auch. Kühlschränke? Ja, egal wie groß das ist, er kann nie zu groß sein. Wirklich? Ja, meine Meinung, meine persönliche Meinung. Wenn es der Platz in der Küche hergibt. Und sie sind Gott sei Dank auch schon sehr energiesparend. Viele neue Temperaturzonen gibt es, dass einfach die Lebensmittel auch länger haltbar sind. Auf aller Fälle ist es mal wichtig, den Kühlschrank nicht zu voll machen. Kühlschränke haben wir oft schon unten den Tiefkühlteil integriert. Empfehlen Sie das so oder eine eigene Kühltruhe? Sind Kühltruhe überhaupt noch in? Absolut, ja, aber je nach Platzbedarf. In der Küche kann man eine Kühl-Gefrier-Kombination gleich in die Küche reinpacken oder man hat so viel Platz, dass man vielleicht einen Keller hat für eine Gefriertruhe. Okay, Kühlschränke her, der Geschirrspüler. Worauf passe ich da auf? Den Geschirrspüler würde ich auf alle Fälle, wenn es die Möglichkeit ergibt, hochstellen auch, damit man ihn einfach dann in Kniehöhe öffnet und man muss sich dann nicht mehr bücken. Und auf Strom- und Wasserverbrauch achten. Das ist ganz wichtig beim Geschirrspüler. Sonst können Sie schon alles heutzutage, die Geschirrspüler, sie reinigen perfekt, trocknen sehr gut, die Bedienung ist sehr komfortabel. Und Größen gibt es ja auch schon unterschiedlichste. Die gängigsten sind 60 breit, genau. Und für Single- oder Start-up-Küchen nimmt man dann einen kleineren mit 45 cm. Welche Küchengeräte sind es noch so, die nachgefragt werden? Wenn es so ein Ranking gibt von mir, machen wir es so, diese Top-3-5-Küchengeräte, die immer wieder gefragt werden. In Mikrowellen werden sie nicht mehr sein, oder? Der Dampfgarer ist ganz stark. Also jede zweite Küche hat einen Dampfgarer mittlerweile, weil das gesunde, bewusste Kochen auch immer mehr im Vordergrund steht. Und das schaffe ich nur mit Dampf. Die Produkte bleiben einfach bis echt. Die Vitamine werden nicht rausgekocht. Das bleibt mit Dampfgarer einfach perfekt erhalten. Mikrowellen glaube ich nicht mehr so, oder sind die auch noch Thema? Es sind noch ein bisschen vorhanden, aber der Dampfgarer hat das so ziemlich abgelöst, genau. Was der absolute Hype ist, ist der integrierte Dunstabzug im Kochfeld, die sogenannten Kochfeldabzüge. Weil halt dezent und die offene Küche dann einfach designmäßig schöner ausschaut, oder? Richtig, genau. Was ist so mit der Armaturen und mit der Waschbecken sozusagen? Weil da gibt es ja auch unterschiedlichste Größen und Arten. Was ist da sinnvoll? Ein großes Becken, sage ich immer, wo ein Backblech reinpasst. Das ist das Sinnvollste bei der Spüle. Das Material der Spüle natürlich. Früher gab es Edelstahl. Mittlerweile gibt es ja Granitspülen, Keramikspülen. Und da soll sich jeder Kunde einfach sein perfektes Material raussuchen. Auch hinsichtlich Hygiene und so, oder? Definitiv, genau, ja. Muss auch gut zu reinigen sein. Genau. Und zu Kleingeräte noch, was ist da vom Wasserkocher bis zur Kaffeemaschine? Wie das auch in der Küchenplanung immer gleich mit berücksichtigt, wo die stehen können oder versteckt werden können auch? Darüber wird natürlich gesprochen, wo platziere ich meinen Wasserkocher, wo platziere ich meine Küchenmaschine, genau. Dazu gibt es die unterschiedlichsten Schrankmöglichkeiten natürlich. Was auch sehr trendig gerade ist, ist die All-in-One-Armatur, wo ich eben heißes Wasser, Sodawasser und normales Wasser aus einem Wasserhahn bekomme. Das Dreh- und Trink-Armaturenteil, wo man dann dreht und drückt. Genau, da gibt es mittlerweile unterschiedliche Produzenten schon, aber das ist auch. Den Wasserkocher spart man sich, den Sodam-Stream spart man sich. Man hat alles in einer Armatur. Welches Gerät aus Ihrer Sicht ist wirklich cool, brauche ich aber nicht unbedingt, aber ist so richtig lässig? Meine Mama hat jetzt so Fall gesagt, eine Brotschneidemaschine ist praktisch, aber brauchst du wirklich überhaupt nicht. Ja, es gibt mittlerweile WLAN-fähige Geräte und zum Beispiel Backöfen mit Kamerafunktion. Das wäre jetzt nice to have, aber man braucht es nicht unbedingt, dass man nicht sieht, was im Backofen gerade abgeht. Wird da schon nachgefragt, dass es Smart Homes, also dass man sagt, dass alles über das Handy steuerbar ist? Wie ist das schon möglich in einer Küche? Ist das sinnvoll? Mittlerweile kann es fast jedes Top-Gerät. Man kann dann die Waschmaschine überprüfen, ob sie schon fertig ist, den Geschirrspüler prüfen, wie lange noch fährt. Kühlschränke gibt es mit Kameras integriert, dann kann man beim Einkaufen schon nachsehen, was ist jetzt effektiv im Kühlschrank, wenn ich nicht mehr weiß, wie viel Milch ich habe. Das ist schon sehr lässig. Also das Internet of Things, das hat auch schon Einzug gehalten? Komplett, genau. Ja, verstehe. Okay, auch das macht man natürlich, wenn man es möchte. Genau. Okay. Jetzt haben Sie immer viel mit Kunden zu tun, Kundinnen zu tun. Was war denn so eine wirklich witzige Rückmeldung? Erinnern Sie sich an eine Geschichte, die Ihnen hängen geblieben ist, wo jemand sich wirklich nicht nur bedankt hat, sondern auch irgendwie gesagt hat, das war jetzt besonders lässig oder cool oder das ist mir passiert? Ja, mich hat einmal eine Kundin angerufen und gesagt, Herr Dattl, unglaublich, was Sie mir da alles verkauft haben. Danke trotzdem für die Pyrolyse, für die Selbstreinigung beim Backofen. Wie funktioniert denn das, Pyrolyse? Wie ein kleines Krematorium. Der Backofen wird unglaublich heiß innen drinnen und die Asche bleibt übrig und die kehre ich dann raus und ich bin fertig. Okay, das klingt auch gut, weil Backofenreinigen gehört zu meinen unliebsamsten Betätigungen in der Küche. Wer mag das schon? Genau, richtig. Und was war so die allerschrägste Anfrage, die je gekommen ist, die realisierbar war noch? Auch das Thema mit dem Wasserhahn. Vor einigen Jahren hat mich mal ein Kunde gefragt, warum kann ich nicht heißes Wasser, Sodawasser, alles aus einem Hahn bekommen? Ja, und mittlerweile gibt es das schon. Es gibt ja nie eine blöde Anfrage, weil irgendwer überlegt sich dann was dazu und er findet was neu. Okay, aber es wollte noch nie jemand eine Knallrosaküche zum Beispiel oder eine Grillorange oder so Farben? Oh doch, sehr oft. Wirklich? Nach wie vor. Also es gibt auch das Altrosa, Pastellgelb, also es gibt irrsinnig viele Farben. Das sieht man bei uns auch ganz gut in den Ausstellungen. Das ist nicht Standard, aber wir haben sehr, sehr kreative Kunden, Gott sei Dank, die immer wieder mit so tollen Wünschen auf uns zukommen. Und das ist natürlich machbar. Man sagt, wie die Barbie-Puppenküche, die geht auch. Alles Barbie ist generell gerade ein Hype, ne? Genau. Überall ist ein bisschen rosa und das finden Sie auch bei uns. Ich weiß, weil wir Freunde für mich haben, eine wirklich grell orange italienische Designerküche. Das war beim ersten Mal hinschauen ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber eigentlich ist es voll anregend. Wir stehen total gern da drinnen. Das sind auch die Farben, die früher unsere Eltern hatten. Also meine Mutter hatte auch mal eine gelbe Küche und die Farben sind jetzt wieder da. Im entsprechend modernen Design schaut das ja auch cool aus, gell? Ja, ist richtig. Gut, dann fassen wir es noch einmal kurz zusammen zum Schluss. Top 5. Worauf achte ich beim Gerätekaufen? Ja, was möchte ich alles mit dem Backofen machen? Genau. Was soll der alles können? Möchte ich einen Dampfgare, ja oder nein? Darf oder kann der Dunstabzug schon im Ceranfeld integriert sein? Ganz wichtig beim Kühlschrank. Die Produkte sollen länger haltbar sein. Er soll weniger Strom brauchen. Der Geschirrspüler, wo baue ich ihn ein? Unter der Arbeitsplatte besser wäre es eher erhöht, dass er wenig Wasser und Strom verbraucht. Auch sehr leise ist, was ganz wichtig ist beim Geschirrspüler, bei den offenen Räumen. Induktionskochfeld, weniger Stromverbrauch ist ganz wichtig. Also generell das Thema Nachhaltigkeit bei Geräten? Ganz wichtig, genau, ja. Wenn ich mich da jetzt wirklich erkundigen möchte, wie gehe ich es am besten an oder wie gehe ich diesen Gerätekauf auch am besten an? Am besten auch bei uns in den Filialen. Wir haben alle wichtigen Marken ausgestellt. Wir haben sehr gut geschultes Personal und die können Ihnen dann alles erzählen, was es aktuell gerade gibt. Also einfach neugierig sein und das Personal auch löchern und sich vor keiner Frage fürchten, sondern alles einfach stellen. Richtig, genau. Es gibt keine blöden Fragen. Und wir haben sicher die richtige Antwort für Sie.